Was von Admin ausgeschaltet, weil ich ne Smurf benutze? Willst du mich finken, du dämlicher, untermenschlicher Behinderter? Mein Name ist Supersoftis, mein Name ist Sloppy, so was haben wir lange nicht mehr gemacht, ein wenig Noshua Kanäle DDR, wollen wir reden, einfach drauf, los und weinen. Lade doch schneller lachen, bist du behindert oder was? Ist dir klar, dass dein Leben auf dem Spiel steht? Alter, wie kann man so gechillt sein? Drei Feinde vor mir, ich pack das Magazin ganz langsam in die Vorrichtung. Fick dich! Geh, verdammt noch mal in eine fucking... So respektlos, weißt du, ich schmeiß Granaten und keiner stirbt davon, Alter. Fick dich! Scheiße! Jetzt hab ich mich auch noch übel gerechtelt. Ich muss eben die Hördinger wieder an mein Headset schrauben, warte. Fucks! Ja toll, jetzt höre ich nur noch rechts was, oder was? Oh, fuck! Ja, blödi! Verrecke, du schmutzige Gruppe! Oh yeah, jetzt geht's los, yeah! Hallo Supersuchtis, Schwarz, Alter! Fick dich, Supersuchtis, Mann! Ja, jetzt rape ich sie alle! Jetzt rape ich sie alle, Alter! Und ihre fucking Familie! Und das macht halt Spaß, das tut Federn! Anders, wir bluten! What? Voll der fucking Seite, Alter, Fullgamer! Ich werd' dich verdammt noch mal finden! Alter, ey! Ja, bist du auch schon... Warum esserst du mich? Warum? Hab... Alter, halt schnell! Kann das mal bitte ihm übersetzen? Ja! Das heißt, ich liebe Blödi! Fuck! Fuck! Ey! Holylulu, Alter! Ja! Lade halt nach! Ey! Bist du zu blöd, dir ne Rakete aus dem Rucksack zu ziehen, oder was? Du bist doch kein einarmiger Bandit! Du bist doch kein einarmiger Bandit! Du bist doch kein einarmiger Bandit! Aus dem Rucksack zu ziehen! Ey! Faggot Fighter, Alter! Faggot Fighter? Nein, Faggot Fighter! Ja, zier nicht! Ich hatt ne Mühltüte auf dem Visier! Ey! Fick dich Pro-Like! Wie kannst du den Namen Pro in deinem Namen haben? Baf! Okay, das war's! Hitmarker, wie ein Bastard! Hitmarker! Später, Stubette, Spreiter! Bitte! Pro-Like! Ernsthaft! Du... Ey! Sprech dich Kau der Weltschule! Was checkst du das einfach nicht? Das ist ja kein Tscheche! Mann, Alter! Schon wieder Platz 300 war eine Schlange, du! Ich kann nicht mehr! Irgendwoher kommt ein Blödi her, Mann! Ja! Als bin ich echt geschrumpft auf Platz 4! Fick dich, Blödi! Boah! Die Parkinson spielen ja Fick, alter Hurensohn! Ja! Ja, lach nicht! Rakete in die Fiese, Blödi! Ja! Hab ihn wieder ausgeschaltet! Fick Popmoni in die Ecke! Scheiße! Schachteln hier auch! Viel davon hat man ausgeschaltet! Fick dich! Ich benutze die Smart, weil ich... Weil ich das will! Ja! Ja! Warum isst du jetzt so mein... Du rennst dir mit der fucking Smart rum, Alter! Ja! Alter kann überhaupt einem was Smaar sagen, Mann! Alter! Das heißt Smaar eben! Ja, Mann, Alter! Das ist Smaar, ja! Das ist schon klar! Gib mir mir doch was Smaar, Alter! Ey! Fick dich! The Holyluli, Alter! Was ist das für ein scheiß Name? Bist du ein Lutscher, oder was? Flupi! Du weißt, was das heißt? Nein! Das ist Smaar! Lass es doch mal, ey! Boah, wie stimmt das Smaar auf mich! Ich bin das! Ich bin das! Respektier meine Raketen! Ich bin das! Ich bin das! Ich bin das! Meine Mannschaft, damit ich mir bitte für 3 leisten kann, du dummer Ficker! Alter, ey! Warum lacht er denn jetzt? Hallo, Glucki! Smaar, ey! Admin, schalte mich noch einmal aus und ich komm zu dir nach Hause! Boah, jetzt hab ich ne lau... Oh, Alter! Irgendwann mal Sonderklappen, dass ich das mal benutze! Jetzt hab ich ne... Ja, ne Laufmasche hast du wahrscheinlich! Ja, ja! Ja, blödi! Ey! Tantachepera! Bist du Tentakelmonster! Was? Ich sitz, ey! Ich sitz in ne fucking Hecke rum, Alter! Wie so'n fucking... Zigarettenverkäufer, ey! Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Wenn wir jetzt verloren haben, schmeiß ich mein Headset überall in die... Was ist da los?! Was ist da los?! So, liebe Super-Suchtis! Es war wie immer schön mit euch zu spielen! Ähm... Wir begeben uns nun in die Terne und relaxen ein wenig... ...zu klassischer Musik! Dieses elendige Schmutsch... Alter, jetzt komm ich auf den scheiß Server hoch, Mann! Willst du mich verarschen?! Ja, Junge! Juhu und Tinder, Alter! User was banned from the server! Cool! Die Super-Suchtis-Backstage! Ist da auch mal was! Alter, wie viele Punkte, ey! Punkte! Und bei... ...